Auf die Plätze, fertig, los! Mit dem Startschuss geht sie los, die PSD-Herzfahrt auf dem Tempelhofer Feld. Für jede absolvierte, etwa 5 Kilometer lange Runde will die PSD-Bank Berlin-Brandenburg 2 Euro spenden, die der Forschung für Kinderherzen zugutekommen sollen. Trotz des Regens haben sich viele Berliner ein Herz genommen und sind mitgeradelt. Gestern hatten wir eine Schulung von der Enkelin und da dachte ich, naja, am Sonntag hast du dann frei, dann kannst du ja einfach mitmachen, weil es für einen guten Zweck ist. Weil meine Tochter, seine Schwester, einen Herzfehler hat, der auch recht schwierig zu operieren ist und da wird ja noch viel geforscht. Die OP wird auch noch, oder die OPs werden auch noch nicht so lange gemacht. Von daher denke ich, kann man da noch einen Schritt weiter gehen und hoffen, dass es vielleicht später noch einfacher ist, solche Herzfehler zu operieren. Was findest du denn da so toll dran am Fahrradfahren? Na ja, dass meine Beine für Fußball stärker werden. Aufgerufen hatten neben der PSD-Bank Berlin-Brandenburg die Stiftung Kinderherz und der ADFC. Es sind circa 300 Berliner mitgeradelt und im Schnitt jeder drei Runden. Das macht also, wir sind 900 Runden geradelt und ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Ja, wir hatten ja die Absicht, pro Runde, pro gefahrene Runde zwei Euro zu spenden. Aber man muss ja wirklich sagen, bei den Wetterbedingungen, dass die Leute überhaupt so zahlreich gekommen sind, wir stocken auf, auf 20 Euro pro Runde, dann sind wir bei 18.000 Euro und wir runden auch noch auf, dann sind es 20.000 Euro, die werden wir spenden an die Stiftung Kinderherz. Wer wollte, konnte seinen eigenen Betrag oben drauflegen. Mit den Spendengeldern sollen am Deutschen Herzzentrum Berlin Herzschrittmacher speziell für Kinder entwickelt werden. Die Technik für Erwachsene ist für diese ungeeignet, da ihre Gefäße sehr fein sind. So muss bislang der Brustkorb geöffnet und die Sonde von außen an den Herzmuskel angenäht werden. Und das Projekt, was wir entwickeln, ist es, eine minimalinvasive Technik zu erarbeiten, die es uns gelingt, ohne die Eröffnung des Brustkorbes den Herzbeutel zu erreichen und mit einer Katheter-Technik diese Elektroden auf das Herz zu fixieren, so dass wir die gleiche Schrittmacher-Therapie durchführen können, ohne dass eine chirurgische Intervention notwendig ist. Rund 7.000 Kinder in Deutschland werden im Jahr mit einem Herzfehler geboren. Bei der Pharmaindustrie haben sie kaum eine Lobby. Private Initiativen zur Unterstützung sind deshalb besonders wichtig. Ich habe Ihnen mal hier so eine Walnuss mitgebracht. Dann haben Sie eine Vorstellung, wie groß so ein Kinderherz ist. Oder man sollte vielleicht besser sagen, wie klein ein Kinderherz ist. Und dieses kleine Kinderherz kann über 50 verschiedene Herzfehler haben. Und das heißt also, man braucht unwahrscheinlich viel Forschung, um diesen Kindern wirklich gut helfen zu können. Mehr Forschung für Kinderherzen heißt darum das Motto der Herzfahrt. Am Ende der Aktion wird dies auch optisch zum Ausdruck gebracht. Mit roten Regenschirmen in der Hand bilden die Teilnehmer Deutschlands größtes Fahrradherz nach. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke und danke an alle, die gekommen sind. Denn ich glaube, die Kleinen, die jetzt im Krankenhaus liegen, auf ein neues Herz warten, auf einen neuen Herzschrittmacher, für den nicht die Brust geöffnet werden muss, die können sich nichts Schöneres vorstellen, als wenn sie eine Zukunft haben, bei der alle sie unterstützen. Am Dienstag, dem 2. September, wollen die Partner der Herzfahrt den Spendencheck ans Deutsche Herzzentrum übergeben. Schon jetzt freue man sich auf eine Fortsetzung der Herzfahrt im kommenden Jahr.